hallo und herzlich willkommen zu minecraft zurück heute ist etwas kürzere folge oder was habe ich kürzer ankert vor allem und ja ich habe halt gerade nicht so viel zeit aber ich will trotzdem ein bisschen aufnehmen und ja ihr seht hier ich hatte ein bisschen mühe aber ich habe uns kannst du geholt weil ich bin ein bisschen rum geflogen habe gesucht und ob es in der nähe ein biome hat es hat nirgends ein dschungel biome naja wir haben jetzt zwei katzen ich hoffe dass ja weil es ist wieder zu umständlich und wir wollen ja jetzt auch nicht in die 20 folgen damit verbringen katzen zu suchen und deswegen auch für das geht klar ja die kommen jetzt da rein und dann funktioniert ich hoffe dass es funktioniert kommt rein und kommt so die erste direkt sitzt die kommt hier hinten drauf also wieso ist der eins auge blau das andere wir können wir das eigentlich schon erst mal zu brauchen jetzt noch ganz viele slabs und die version wir uns jetzt mal indem wir holz fällen eigentlich ganz simpel ich bin ja echt gespannt ob diese farm funktionieren wird ich hoffe es einfach mal weil sonst sind wir im augen schon oder war ja wir haben uns für nichts gebaut ja auch ein bisschen schade auch die bäume hier sollten wir mal nach pflanzen wir müssen ein bisschen mehr siblings holen gehen ich glaube dieses holz rechts kann ich bin ja immer noch mehr holen wenn es hart auf hart kommt aber das bräuchten wir selbst aber bevor wir das ganze jetzt noch mal anpflanzen hinten ich heiße noch kurz bauen wir ziehen auch die restlichen slabs an reicht zwar nie nie im leben und dann holen wir uns noch mehr holz weil das wichtig dann werde ich mal in den nächsten folgen einfach zeitraffer machen und rein gehen ich weiß auch nicht ob ich das einfach offscreen machen soll weil eventuell könnte das halt lange dauern aber naja so alles mir angepflanzt perfekt man ich hasse hier ich hasse das auch diese komischen großen bäume die sind so ein abfall verstehe ich nicht wie man die ins spiel bringen konnte wir müssen auch unbedingt dann eine villager fahren machen damit mir mending bücher bekommen also reparaturbücher weil es ist praktisch stand auf den niedrids sachen das ist ja wirklich echt wichtig weil dann kann man ein bisschen level fahren und dann können wir uns eine enderman fahren bauen und dann ja läuft der haben wir beginnt weil er euch fragt wieso dass ich hier slabs erinnern würde sich slabs habe das ist damit nicht andere monster spawn ich weiß nicht ob ich das in der letzten Folge schon gesagt habe ja was ich auch noch sagen könnte zum upload plan ist ist halt so ich werde minecraft jetzt immer um 11 uhr bringen jeden tag oder jeden martentag und dann immer um 6 uhr kommt dann zum beispiel eben hitman oder cooking simulator oder red dead redemption oder was auch immer und damit ihr da auch ein bisschen bescheid ist und damit ihr da auch ein bisschen bescheid wisst so ok jetzt brauchen wir wieder da sind ein paar so perfekt so ich glaube jetzt reicht es aber so 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 ich so so ja kein problem sein haben wir ja wenn ich ja dann machen wir uns halt ein paar jetzt auch von wo haben wir eigentlich eine serie weiß nicht von wo ist praktisch aber ich glaube das reicht ja das vielleicht auf jeden fall dann können wir vielleicht in dieser nacht schon die ersten türiper töten wobei wir müssen noch lagerfeuer bauen wo wir wirklich nur genau die hälfte machen müssen das hätte gereicht zu sonst hier alles überbauen weil es sieht jetzt nicht sonderlich schön aus aber es muss ja auch den zweck erfüllen und das wird es hoffentlich auch weil es ehrlich gesagt nicht ob das auf diese fahrt und der 1.16 funktioniert so wieso die kratzen hält einfach dass die rieber haben ja ans verdient die rennen dann weg von denen und halt da ins loch und treiben sie nach hier vorne dann kommen hier trichter hin hier eine truhe und hier kommt noch lagerfeuer drüber damit die halt verbreiten hier genau und das so war es dann eigentlich der ganze zauber ich weiß gar nicht ob wir richter haben aber wir haben ja viel eisen die können wir uns schon ein oder zwei kraft holz jetzt nicht mehr so viel wir haben noch viel bürkenhäuser und das hilft nicht alles und noch für die zweitrichter so ich hab keine ahnung aber warte mal hier glas das können wir auf jeden fall aufbauen ok dann machen wir uns erstmal drüber so genau und zwar jetzt die bestrichter weiß nicht genau wieso dass wir eine zu viel gemacht haben aber das ist eigentlich egal reißen wir die mal kurz dann weil vielleicht spawnen die in dieser nacht schon ein paar wer weiß so so zack zack dann hier würden halt dann die lagerfeuer hinkommen hier hoch wie hier jetzt erstmal die aus so genau können wir das noch öffnen ja perfekt hier brauchen wir jetzt noch ein lagerfeuer aber das ist eigentlich kein ding so wir haben holz und äh holzkohle und stöcke haben wir ja das passt zu so dreimal holz ne warte wir müssen jetzt zwei lagerfeuer machen deswegen sechs dann können wir auch gleich noch ein bisschen slaps machen also von stein also von stein steinslaps machen wir ja so das wird wohl reichen so dann gehen wir mal runter und placeen erstmal die lagerfeuer so genau läuft das hier auch so das müssen wir nochmal abhauen wohl doch noch knapp äh wie sie es dann fassen da ist das andere minecraft ist wieder komplett verbockt naja was soll es so die kommen dann hier geschwommen verbrennen hier und dieses gunpowder kommt dann in die kiste keine ahnung ob es funktioniert wir werden es sehen ich hoffe es einfach mal weiß auch nicht ob man das durch die nacht durch äh wieso ist jetzt da einmal wieder leer hä wir hatten noch wir hatten noch wasser drin naja keine ahnung dass da wieder schieb gelaufen ist naja machen wir erstmal alles so ein bisschen rein das hat hier mal unser Invential ein bisschen das ist voll das kommt eigentlich auch hier hin ja ja was haben wir denn hier noch so die erste wir haben schon ein bisschen ganz oder ganz wenig wie viele fackeln haben wir denn gemacht so der kam hier zum essen ja wie gesagt wird etwas kürzer weil ich gleich noch ein bisschen neben den katten muss wir später gut nach bedankt später genau das war's mit dieser freige minecraft bis zum nächsten mal What do you see?